Zu sagen, ich sei gespannt, was die Zukunft bereithält für die Orsons, ist eine Untertreibung. Diese Platte ist nicht nur unterhaltsam, sie ist eine Leitlinie für das gesamte Genre. Die Orsons. What's close? Ein kluges, düsteres Album von vier der talentiertesten Schreiber unserer Zeit. Die Orsons. What's close? Ein leiser neuer Anfang, wie morgen zuvor Mittag. Zwölf Jahre, überall war Großes nah und in dem Zimmer war es so warm, so harmlos. Nur die Kinderschuhe drückten jeder Tag, so klar. All die Abenteuer lagen vor mir und bratten wie Lagerfeuer im Park im Sommer. Ich spürte den Aufbruch, alles flüsterte, dass ich raus muss. Und ich stand am Fenster, schaute nach draußen, die Wiesen am Stadtrand waren so grün, so grün, dass nie wieder was so grün war wie das. Ich spürte den Aufbruch, alles im Eleven.